Moin und herzlich willkommen wieder bei War on the East 2 1941 Kampagne mit der Achse Mitte Oktober Regen und Schlamm. Das ist wohl die kurze Zusammenfassung. Gehen wir in die Luftphase rein, die aber höchst unspektakulär laufen sollte, da ich eher aufgrund des eigentlich überall schlechten Wetters alle Missionen, die die KI vorgeschlagen habe, gecancelt habe, auf dass die Luftwaffe weiter nochmal ein Weilchen in der Pause hat und sobald irgendwann das Wetter nochmal ein bisschen aufklart, dass man dann nochmal wirklich mit höherer Stärke was erreichen kann. Spannende Frage ist halt, ob die Sowjets noch irgendwas tun, aber das scheint hier auch nicht der Fall zu sein. Ja, sehr spannende Luftphase. So, dann fangen wir mal an. Ihr hier auf der Krim, ihr wartet hier weiter ab, wobei eure Kampfvorbereitung, zumindest bei den meisten Einheiten, ist allmählich in der Nähe vom Maximum. Also dann könnte man irgendwann auch den ersten Angriff auf Silvastopol starten, aber nicht, wenn das hier alles so verschlampt ist, natürlich. Sobald der erste Winter da ist, was zufriert und so, dann ist auch das Wetter nicht mehr so tragisch vom Malus her. Dann werden die dann wahrscheinlich einen ersten Angriff versuchen. So, dann unsere rumänischen Truppen, die hier übersetzen konnten. Mal sehen, wie weit ihr noch kommt. Oh, den Hafen kriegt ihr schon mal, das ist gut. Und da drüben beginnt dann die gegnerischen Reinigungspositionen. Und dann könnt ihr auch hier die Häfen demnächst nutzen, zu eurer Versorgung. Ich habe hier einer stehen muss, aber ich lasse mal sich jetzt dabei entstehen. Ihr seid eh noch alle, also eine Kampfeinheit da drin. Äh, ja, ihr seid da. Zugang zum Asowschen Meer wird offen gehalten. Und, äh, ja, der eine Hafen funktioniert ja schon, die anderen sollten dann demnächst auch alle anspringen. Und dann kann man sich hier auch darüber versorgen, was eine sehr sinnvolle und praktische Sache ist. So, Stardino annähern oder insgesamt noch weiter hier in die Gegend. Und jetzt muss man immer gucken, ob nicht irgendwer womöglich im schweren Schlamm steht, der halt das Werte rauszuschenkt. Ihr habt sogar auf dem Feld noch überhaupt gar keinen Schlamm. Faszinierend. Da gibt es sehr, sehr viel leichten Schlamm und das ganz Dunkle ist dann auch schon der schwere Schlamm beim Wasserwert von 6. Wenn ihr den rausbekämmt, dann überquert, dann könntet ihr auf jeden Fall diesen Hafen hier schon mal sicher haben. Sehr schön, was für eure Versorgung. Nur nicht ganz unwichtig wäre ja und dann rückt einfach hier weiter rein vor. Hier noch ein paar meintlich schwache Gegner in der Gegend. Er ruft noch eine Panzerdivision zu Hilfe und dann bleibt der Angriff schon hängen. Also, wie gesagt, vermeintlich schwach. Doch etwas stärker als prognostiziert. Auch da schon mal. Noch weiter, also bildet ruhig weiter eine durchgehende Linie hier. Einfach zum Schutz. Und dann müsste der Hafen bald genutzt werden können. Und ja, rückt hier einfach weiter vor. Den können wir wahrscheinlich jetzt auch einkesseln. Wenn du dich einfach dahin stellst. Ja, dann kann man den auch nächstes Mal angehen. Und dann klärt hier dann auch nebenbei schon mal ein bisschen auf, wo hier dann noch Gegner stehen müssen und wo es frei ist. Sonst helft mir den noch ein bisschen zu umstellen. Du hast noch eine in Reichweite. Du hast alle in Reichweite. Und ihr hier unten habt auch noch alle in Reichweite. Das passt also soweit. So, irgendjemand von euch. Den bitte mal besiegen. Sehr schön, nochmal über 100 feindliche Panzer weg. Und ja, dann macht euch auch bereit. Den Nächsten wirklich komplett zuzustellen, dass der da auch nicht wegkommt. Und dann kriegen wir den auch. So, dann könnten die Italiener hier noch... Da ist auch noch eine Rumäne drin. Oder der Rumäne passt auf und der... Also ganz weit kommst du ja auch nicht. Oder der andere kann da hin. Dann ist... Ja, auf jeden Fall auch komplett eingekreist. Und der Reiter... Kann sich da schon mal ein bisschen angucken, wie die Lage ist. Gut, jetzt... Frage, wie kommen wir hier am besten nach Stardino? Und wer... Kann da noch mit am besten... Agieren? Und wo... Vermeidet man schweren Schlamm? Weil dann die Angriffswerte total kaputt gehen. Straßen würden ein bisschen helfen, aber davon gibt es jetzt nun auch nicht so viele. Also das ist zum Beispiel ein schlechtes Angriffsfeld. Aber da steht zum Glück ja auch keiner drauf. Aber ihr seid hier zum Beispiel auch auf einem schlechten Feld. Müsste also... Dieses Feld... Das hat jetzt in dem Sinne nur Leichenschlamm. Gucken und der Panzer da angeblich schwach. Naja, mit Verschanzung 1 wird der schon ein bisschen mehr haben. Zwei Infanteristen... Alle kriegen die ihn auch noch auf... Ansetzen. Konnte man zumindest ein bisschen vorwärts, aber... In Schlammzeiten... Ja, mit den Panzerdivisionen andere Panzer angreifen ist auch immer so eine Sache. Wenn man eine erwischt, wo halt T-34 und KV drin sind... Oder die insgesamt noch viele hat, dann verbrennt man dabei auch jede Menge eigene Panzer. Deswegen ist das immer ein bisschen unschön. Natürlich noch Lose da rein. Einfach kesseln, wenn hier überall so... Schlamm ist. Und einfach versucht die schwächsten Gegner rauszunehmen und so noch ein bisschen... Vorzurücken und den Ort selbst zu nehmen. Vielleicht wenn erst das Wetter wieder besser wird. Na gut, wir hätten hier noch einen. Da können wir vielleicht den noch raushauen. Dann gehen wir dann vielleicht doch noch da rum. Ja, und falls man den noch erwischt... Ja, außerhalb des Stamms hast du gleich wieder einen Angriffswert von 6. Noch eine Panzerdivision, jetzt könnte es teuer werden. Okay, er hielt sich ja beim Grenzen. Der Gegner sowieso bandelt aufgrund der Einheiten, die er noch... ...zuhilfe ruft. Also gut, sonst würde ich sagen, wir rücken einfach näher heran an die Stadt. Hier schon fragt, ihr zusammen hättet auch einen sehr, sehr guten Angriffswert eigentlich. Jetzt eh so viel... ... äh, Combat Delay drauf, dass man da sowieso nicht groß machen kann. Das noch eigentlich zur Truppe da unten. Jetzt zum Beispiel noch hier in die Lücke stellen. Na gut, ich mein, das Feld betreten dürften wir schon. Man kommt halt nur nicht mehr raus. Aber dann werden wir zumindest auch schon mal angrenzend an die Stadt. Da drohe ich auch schon mal hin, dann seid ihr da zu zweit. Dann sollte es soweit passen. Gut, wie sieht es hier aus? Ja, schwerer Schlamm. Schwerer Schlamm. Hattet ihr noch mal ein bisschen leichten Schlamm? Ist auch wieder eine Verschanzung von 1. Ähm, wir müssten hier auch ein bisschen sehen, eine Verteidigung aufzubauen. Also vielleicht brauchen wir euch noch anderweitig. Sonst drückt ihr hier vielleicht schon mal zumindest fertig auf in... ... freundetes Gebiet. Man sichert damit dann noch ein bisschen mit die Gegend. Mal kurz bei den Hauptquartieren. Ihr gehört zusammen. Hey, du sollst den absichern. Geh du noch mal dahin und du dahin. Dann sind das deine Leute. Du gehörst zu den beiden. Dann schon mal da mit drin. Du hast die, dann haben wir noch dich. Du hast hier mehrere Divisionen, die theoretisch hier oben rum... Na gut, sie erreichen es doch noch nicht ganz. Aber die zumindest teilweise damit helfen können, schon mal die Positionen zu decken. So, auf das dann, dann Einheiten noch ein bisschen näher angreifen können. Oder auch aufschwärmen, um noch Positionen oder so zu sichern. Wer ist... Ja, die 73. Wo sind... Da... Okay, wir könnten also denke ich mal zum Beispiel... ... hier die 73. da oben sammeln. Ob ihr mal wieder eine Truppe seid und... ... nebenbei auf den Ort da aufpassen könnt. Kann sich ja schon noch fragen, ob man vielleicht doch noch hier auch den Panzer nach hinten werfen kann. Aber wir nehmen euch beide. Ihr seid zwar aus verschiedenen Truppen, aber... Okay, da ruft laufend Leute dazu. Die gegnerischen Positionen sind häufig doch noch stärker als prognostiziert. Die werden gerade irgendwie alle sehr schlecht prognostiziert. Aber... Also damit gering werden, aber die scheinen dann doch immer noch stärker zu sein. Sonst... Man muss ja nicht konsequent angreifen. Also sonst haltet auch erstmal einfach. Und wir versuchen noch mit denen erstmal nur irgendwie die Stadt zu erreichen. Und hier oben... ... würde man jetzt noch sehen, die alle zu besiegen. Und dann auch in diesem Gebiet Loh seine Frontlinie aufzubauen. Und dann könnte man das noch erobern und hätte dann hier halbwegs mal eine gerade Linie entlang. Da ist ihr... Ist zudem da... Ja... Wenn wir dich hier einfach ein bisschen mit ran stehlen. Dahin... Oder sonst erstmal... Dahin. Wer vorübergehend in den Ort, dann sind deine Einheiten hier ein bisschen... So... Dann... ...müsste jetzt irgendwer wirklich mal den Kessel leer räumen. Wenn ihr noch retweetet, steht ihr da auf schwerem Schlamm? Ja... Deswegen sind eure Werte halt so schlecht. Da haben wir auch schwerem Schlamm... Hier müsst ihr irgendwo ein Feld finden, das... Achja... Das zum Beispiel nur leichten Schlamm hat. Aber dann müsst ihr wegen Kontrollzonen massiv außen rumlaufen. Das ist auch nicht das wahre. Sonst musst du hier halt auch noch mithelfen. Doch noch einen Panzer mitschicken. Ich habe hier beides zusammen dann aus dem Stamm hinaus versucht. Es reicht zumindest. Immerhin, das wäre geklärt. Dann die Frage, wer stellt sich so auf? Also wir haben eine mobile Gruppe hier und... Also jetzt aus der Panzertruppe und ein... Ein paar Infanteristen hier oben. Braucht definitiv hier noch Infanterie. Sechster Armee musstet jetzt gerade noch den Kessel räumen. Mal im Zweifel, wie sehr ihr euch hier noch an der Grenze aufbauen könnt. Was ihr aber nicht mehr sonderlich könnt. Die Division, du könntest natürlich auch mitkommen. Die können wir hier erstmal... Ganz lose die Gegend. Das ist noch keine echte Linie, aber wir arbeiten dran. Könnte man die nächste mobile Gruppe hier hinbringen. Den ja zum Teil eh in der Nähe. Findet ihr da eine Verteidigung und wenn ihr jetzt nicht kämpft, dann könnt ihr auch noch alle ein bisschen mehr erholen. Wobei du gehst noch dahin. Nee. Da hast du langsam doch mal was wie eine Linie. Das wird schon... Dann du... Achso, du gehörst auch da unten mit ran eigentlich. Und der Panzer hier vielleicht noch auf die andere Seite und du fährst hier auch noch näher ran. Und du stellst dich mal da hin. Gut. Das sollte soweit passen. Und hier technisch... Okay. Ihr könntet hier auch noch... Alle mit weiter nach vorne rennen. Naja. Bis die da sind... Fährt euch hier auch erstmal mit als Verteidiger auf. Oder zumindest einfach schon mal in die Nähe. Äh. Da ist einer. Achso. Und da ist der letzte Teil. Ich komme schon mal lose mit ran. So. Dann hast du die auch alle in Kommando-Reichweite. Hast auch alle. Ihr, die jetzt hier steht. Ihr habt alle. Hoffentlich mal. Achso. Das ist die Panzergruppe. Also die Chor gerade. Ja. Ja. Ihr bildet hier eine Verteidigung. Hier steht da. Ihr könntet jetzt natürlich noch leicht vorrücken. So ungefähr bis da drüben hin. Die fragen natürlich, wer da reinläuft. Das ist vielleicht auch... Wer das Land jetzt jetzt sich holt. Eine gute Frage. Wir können ja mal eben hier noch in diesen Kessel blicken. In der Hoffnung, dass es das jetzt langsam wirklich war. Die Einheit ist eh ein paar Zügen weg. Dann kannst du hier noch erst recht einfach ein bisschen... Eingehen und immer findet man doch noch einen. Das wäre gar nicht daran denkt sich zu ergeben. Die ist dann auch noch vagen, einigermaßen brauchbare Kampfwerte zu haben. Könntest den nicht mehr vorbereitet angreifen und du kommst da auch nicht mehr rein. Wetterbedingt alles kompliziert. Dann bleibt auch hängen. Könnt dann eigentlich auch weg... Also gut, die, die da sind, sollen das jetzt noch irgendwie regeln. Tut ihr euch hier halt hier alle irgendwie zusammen, wo ihr oberst noch das Feld, dass die da ein bisschen laufen können. Gummert euch irgendwie da rum und den möchte ich jetzt auch... Kommt halt nur nicht ran. Das hat zum Glück dann auch noch gereicht. Und da drin ist dann auch ansonsten keiner mehr. Das heißt, wir haben da noch ganz vereinzelte gegnerische Einheiten. Ich bin los. Leider nur retweetet. Ich bin los. Aber eigentlich möchte ich euch jetzt auch gerne wieder nach Osten bringen. Wenn ihr da in Formation reinlaufen könnt. Deswegen auch schon wieder mitkommen. Haben wir eine divisionliche Reichweite, die irgendwie da noch minimal mithilft. Das wird schon mit den anderen räumt das einfach leer. Und das HQ räumt noch das leer. Und die anderen Einheiten kommen alle nach Osten. Und bei der Kavalaris, der ist auch noch hier, um da mitzuhelfen. Bei den Nubilentruppen der Rumäen. Und dann ist das da bald erledigt, wie ich hoffe. So. Dann haben wir hier noch ein Chor. Ja, ihr könnt euch mit euren Einheiten... Na gut, könnt ihr nicht, weil ihr nicht rankommt. Dann stellt euch hier... Zumindest in die Nähe einer Straße, die hier so ein bisschen rüber führt. Und auch in die Nähe vom Depot. Naja, das Wetter macht doch alles komplizierter. Geht dann hier von eurer Seite irgendwie vernünftig ran. Ist dann doch... Okay, sie haben sich nicht komplett zurückgezogen. An der Stelle, wie ich zuerst ein bisschen gehofft hatte. Dann müssen wir da doch nochmal ein bisschen gucken. Aber hier zumindest... Sieht das ruhig aus. Okay, hier sind aber doch noch Gegner. Okay. Geht erstmal vorsichtig bis dahin vor. Ungarischen Einheiten. Ja. Der halbwegs mobil, aber nicht sonderlich kampfstark. Mal gucken, ob ihr da irgendwie einzelne Felder rauskriegt. Aber nur, wenn ihr da noch halbwegs Aussichten habt, rauszukommen. Oder... Verstärkt da eure Position. Aber so langsam... Bildet sich hier ja was. Zusammenhängendes. Und ja, bei Nord können wir dann... Sehen, was man da noch einnehmen und machen kann. Hier... Ah ja, seid schon alle nach Osten unterwegs. Ihr seid gleich bei Norden dran. Gut, ich würde sagen, das war der Zug für Süd. Man merkt diesem Schlamm an, dass man einfach keinen Schritt mehr vorwärts kommt. Aber ja. Dahin, Stalino dürfte ja noch zumindest bald erreicht werden. Und... Naja, hier kriegt man noch ein paar Felder. Da unten noch ein paar Felder. Und sobald es wettertechnisch wieder möglich ist, könnte man den ersten Angriff auf Silvastopol starten. Und dann hoffentlich zumindest die Festungsstufe ein bisschen runterkriegen. Naja, mal sehen, was bei Nord noch möglich ist. Ob da irgendwas möglich ist. Und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis denn!